Leil Leil Wo hast du den geholt? Im Heaven Kam der oben oder was? War das der Rolten? Jemand muss mich nochmal legen, man Ich bek... das Spiel Kein Money Management hier Kala 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 Hm Let's go Dennis hat mich auch schon angeschrieben, dass die Sluts voll sind Hallo 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 Falscher Channel Michael Die sind... die haben Eko-Mail Oh krass User left your channel War falscher Channel Pass auf, vielleicht pushen die B Oder A Main habt ihr Main hatte ich eben geguckt, da kam nichts Wow Nice Einer Y Auf A Noch einer Oh nein ey, läuft hier mit der Alter noch zwei auf A Die zwei letzten auf A, die Bombe und geht B Einer kommt kurz, kurz komm Alter man, ganz ehrlich das Spiel nervt mich so heftig Der wird andere wird über Main kommen Ja, steht vor Main Ja, ihr müsst dann ihn fassen 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 Bleibt definitely Fuchs Ja, ihr müsst dann ihn fassen Ich bin kein Mensch Der kann nichts sehen 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 Ich kann nicht Ich lege, ich lege, ich lege, ich lege Ich hab Nee, 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 passt nicht mehr Gut Sülex hat genug ja oder da sieht so aus als ob es zu tun übermütete was macht ihr denn er hat aber ich bin hier das kurz auf jeden Fall den Tenden das war so mit wenn mich jemand mal hier in der tür auf die kiste boosten so bisher sieht eigentlich alles gut aus einer ist auf kurz lalalalda jetzt bin ich wieder reportet einer k ihr könnt rauskommen kommt raus ich flash mal Richtung kurz oh nein einer k an und zwar da hat man es gehört kurz wusste vor allem du bist weit weg von ich habe auch nichts mitbekommen ich habe auch nichts mitbekommen ich habe auch nichts mitbekommen Die Diegel-Warn-Up wie bei mir Die Ansage haben ja mal gefehlt, wo die Leute sind. Ich hab gesagt K. Und Short hab ich gesagt. Aber eigentlich war der ja abgesmoked. Kann ja keiner ahnen, dass der mit der Scout 4 rusht. Kaufen wir nochmal, ich würde im B rusht wie immer was. Aber ohne, ne, jetzt einfach drauf. Ich werde die B-Kammer so schlecht verteidigen, wenn da einer... Wieso seid ihr denn so lange AFK permanent? Dir fehlt die Health. Ne, jetzt muss... Da ist ein AWP. Auf dem Spot gelaufen. AWP down, links hinten auf dem Spot. Also... Achtung, Vent, Vent! Entkommt was Vent, ja. Ach, ich bin so fucking Wind. Einer ist schon auf dem Spot. Okay. Schlacht down. Ich flash kill den. Einfach Bombe. Reportet. Schön. Reportet, reported. Alter, ich seh nix. Ja, ich bin halt auf jeden Fall im Auberwatch. Ja, mal ganz ehrlich, B-Rush, das ist einfach chill. Äh, ich hab keine B-Scrips mehr, deswegen... Also keine B-Scrips mehr. Also keine B-Scrips mehr. Ich brauch'n, Rob. B-42. Äh, was Rob, hast du? Oder Crowax, Crowax oder Alex. Ähm, sollten wir uns besser absprechen. Too much, wenn man damit den meisten. Kann man mich über Red hier drüber boosten? Ja, kann ich mal. Ja, man kann nicht über die Bombe springen, ey. Einer On-Spot. Ach, du Scheiße! Einer Seitengang. Was geht denn ab? Einer kommt schon von A. Einer On-Spot auf B. Zwei kommen von A. Noch einer. Ja. Alter, das ist doch ein Witz, oder? Was mach' ich denn? Letzter B-Sport. Geh' mal, einer vent und einer kommt andersrum. Einer, geh vent, geh vent. Salex. Das A-G mit der Bombe, ja. Salex. Salex. Ja, spiel' einfach safe, oder? Jaaa. To-Mord. Nee, das gibt's doch nicht, Mann. Ich trick's du, Mann. Der lag da aber auch Gas. Schieß einfach nur. Eko. Trick, 2,3. B-Rush. 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 Alles genau so leicht. Aber B ist einfach um zu Taken, Digga. Ja, wieso sag ich, dass ich 2 Tech in 1 sehe? ich habe keine Ahnung, warum sagst du sowas? Ja! Damit sich der Fuchs um eine 1500... Ach du Scheiße! Alter! Oh, oben! Der hat angemacht! Scheiß B-Rush! Schaut so aus! Scheiß B-Rush! Ich bin etwa bös! Der steht hier... Ja! Der sieht mich! Looooooool! Wahrscheinlich, ja! Wie er sich sofort so ganz schrecklich... Danex, kannst du ihn mir da ablegen! Jo! Willst du eine Karte zurückgehen? Ja! Oh, doch, Mensch, wie hängt jetzt? Ja, das ergibt keinen Sinn, Alter! Der hat mir 102 gegeben! Wir müssen gehen! Lass uns A jetzt mal splitten! Über Tür und... Über Main! Ich kann mal über Tür! Schau mal über Tür! Ah, steht auf jeden Fall was Y dahinten! Ich bin dann kaputt! Na warte, ich komm jetzt! Habt ihr kurz gesmoked? Ne, wartet mal hier, ist noch Flashman! So! Einer steht am Gabelschabler schon! Vorne! Ich seh ihn nicht! Down! Smog geht! War das Geld? Ja! Und Spot steht noch! Toll! Äh... Down, down! Kommt, ihr könnt legen! Oben, oben! CT steht auch noch! Und nicht alle hier runter! Oben steht! Ich seh's nicht! Ich bin blenden! Lass ihn doch mal weg, Mann! Oje... Alter, warum blockt ihr denn?! Jeder blockt hier, Mann! Das ist schrecklich! Ich... Auto! Ich bin ein Auto! Und Spot! Ich bin ein Auto! Und Spot! Warum blenden die mich?! 59, ey! Der... Stand kurz rechts hinter der Wand! Ich bin ein kleiner, Mann! Wer will die Ost? Ich brauch mal einen Ort! Ich 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 wie immer! Ich kann dir aber keine... Wie heißt das Moped? Acker legen! Ansonsten jemand noch Moped legen! Äh, schnell! Salex! Salex! Was soll ich legen?! Acker! 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 boost mal! Boost mal! Alter, was ist ein fucking Chaos? Ah, ist schräg. Bombe, geh nicht alleine. Nee, bleib hier. Ich bleib wieder zurück. Bin ich schlecht, aber auch. Mann. AWVB, meine. Äh. Warte mal, ich bin T-Mitte, äh, C-T-Mitte drin. Der kommt, der kommt, der guckt zu euch, B. Der ist B-Spot zurück. Chillt mal, chillt mal, warte mal. Nein, nein. Auf A, vom Truck, der sieht mich. Ärgerlich. Alter, ich hab kein Fahnenkreuz. Richtig bitter, ey. Ich hab kein Fahnenkreuz. Yo. B-Spot einer. Ich snack einfach A, dann gehen wir A. Wo waren der auf dem B-Spot? Links, rechts. Keine Ahnung, der ist da zurückgegangen laufen. Einer ist B-O. City Connector ist ein. Oh, ne Fahnenkreuz. B ist... B ist Feuer. B ist Feuer. Nein, die sind Nutte. Hätt ich nur ein Fahnenkreuz. Bleib einfach voll defensiv. Der hat keine Zeit für so'n... Achtung, der sieht dich vielleicht. Bleib weg, bleib weg. Ja, passt. Egal, passt schon. Ja, passt schon. Ja, passt schon. Yay! Acht Runden. Oh, ich hab 1-3-3-7 Stats. Bleib. Nice, nice. Komplett leib. Das war alles geplant. Ja, ich glaub... Bleib. Ich würd wieder Richtung A anspielen. Das sind da auch nicht gut. Scheiße, der hat bei mir ist eh egal. Du wolltest ja wieder B-Rush. B-Rush. B-Rush, easy, Mann. Ja, hat bis jetzt immer gut funktioniert auch. Ach, die ersten Runden? Mitte-aggressiv einer, glaub ich. Kommt mal Richtung Main. Oh, Main. Ja, war leise. Ich kann nicht smoke. Ja, macht euch ready. 3, 2, 1 und go. Ich seh halt nix. Gar nix. Ich bin hyping. Oder ist das was scheiße? Einer war cool. Short down. Einer zieht die noch short. Also auch Y oder sowas. Staps. Ich bin Y. Y noch drin. Alter, was? Ah, Tiki, komm. K. Ist nur ein Down und Main noch. Main, Main. Fuck. Oh, 69 in 1. Ich dachte, der pusht mal. Wieso checkt ihr denn nicht Y, wenn ich am legen bin? Es hat doch einer gesagt, dass Y noch nicht steht. Ja, wir müssen damit doch rechnen lassen. Aber wieso geht ihr da nicht rein? Wenn wir keinen Contact haben, einer ist auf kurz. Ich hab nur zugehört. Kein Contact, einer ist auf kurz. Da wird 100 pro noch einer auf A sein. Ja, vor allem, ich war ja oben. Aber er stand doch nicht Y. Er war da, äh... Echo. Das ist die Ecke noch davor. Das ist NBK, ich weiß nicht, wie das heißt. Dann lass halt nochmal Arush. Lass mal Mitte raus. Mitte Glocktrain. Kleine Kevlar. Du meinst wohl Tekna, ich hätte nicht. Aber Fuchsu ist mal wieder der Schnellzimmer kaufen. Ja, ich hab das nicht so drauf. Warte, warte, da. Ab hoch, ab hoch. Man, das ist nicht so. Dieser Wuhren. Seitengang steht auf jeden Fall einer. Versucht mal ein Schacht rein. Y. Äh. Short. An der Kiste. Wir sind nicht so ein Schacht. Wo seid ihr denn? Pass auf, CT. Knife, Knife, Knife. No, der hört dich nicht. Jetzt renn, renn. Alter, du bist so ein Vogel. Warum rennst du? Ich hätte rennen müssen. Du würdest doch auf ihn jumpen können. Dann von ihm sind. Mann, Mann, Mann. Du bist berühmt geworden. Ja. Für mich ist das aber immer noch in der CT-Meldung. Jetzt ärgere ich mich. Der ausgeglichen. Ich will zum Knifen. Oh, lol. Nice, der Game. Aber pusht. Ein Rekto. Oh, Mann. Ja, genau. Dieser Hund, Alter, dieser komische Bastard. Ich hasse den so haben. Einer bent. Wollen wir, ey, warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann absolut nicht machen, man muss das mal mit dem Lektar. Pusht mich bitte hoch. Ja, das ist das, was du machen kannst. Pusht mich mal, yo. 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 Pusht mich mal. Pusht mich mal. Ja, das leckt. Alter, ich mach jetzt schon meine Bähler raus. Wo sind die Nigger? Klatsch, okay. Ja, das ist nicht so f... Spiele ich schlecht, Alter. Mach zur zweiten mit der ersten Runde. Oder eigentlich immer. Ja gut, ja doch, mit der USB kann ich veressen. Ich will mit der 2-1-2 spielen. 2-1-2. Ja klar. Ich will Mitte mitgehen. Oder macht ihr das? Ich gehe A. Ja. Selex, du gehst A, ja. Okay. Oder B, oder hä? Ja, warte, ich gehe mitgehen. Es war noch 2-B, 2-Mitte. Also Mitte ist schon mal los. A kommt, A kommt, auch was. Geh weg. Tür auf. Da, Lex. Einer dort noch. Alter, warum stirbt der nicht? Nice. Kurz. Ich habe noch 3. Schade. Ja. Du pickst dir den einfach, ich treffe ihn nicht einmal, oder wie? Hast du das gesehen? Ja. Ja. Das war aber auch dreist. Junge, ich war nicht sexy. Aber ich war auch gehofft, Mann. Ich habe eigentlich gehofft, dass der schon close ist. Siebenfünfzig in drei. Lol. Ja. Ich habe auch gleich richtig mit dem Handy weggeholt. Grab your gear and let's go. E-Rush auch, Mann. Ja, mach mal 2-B. Ich mache mit. Wieder 2-1-2 einfach. Laying down smoke. Grenade out. Deploying decoy. Alter, B-Seitengang. Alter, 2 in der Mitte, Leute. Ja, ich bin da. Bumme down bei mir. Ja, aber ich will nicht schauen. Geh lieber A wieder. Check nein. Alter, was ist das denn? Widerholensohn. Lass dir nicht die M4 kriegen in der Mitte. Der steht oben auf diesem Dach drauf. Da kommt noch einer. Oh, ich bin leer. Oben auf dem Dach, Fuchse. Links oben. Fuchse. Einer ist noch Main gewesen. Der ist wieder zurück, glaube ich. Hat die Bombe gepickt. Fuchse, bleib mit. Fuchse, bleib mit. Fuchse, bleib mit. Ja, Corvex gibst du mir die P90. Kaufst du immer. Achso, hast du kein Problem? Achso, hast du kein Problem? Ganz sonn. Ich geb bestimmt gleich ne Rache. B-Rache gibt das. Leute, Leute. Was? Was? Mitte gibt der gute Head. Äh, da müssen wir aufmachen. Warte, Head. Oh mein, Headshot. Mitte ist... Tür aufgemacht. Keiner ist auf A. Geh mal A. Ich hab A. Es ist einer auf A. Achso, okay. Ich wusste es, ey. Warum guck ich denn auf? Auf A mit Deagle. Last VB. Ach ne, einer VB. Bombe VB. Kleiner Tür. Geh mal B. Er hat noch zwei, ich bin letzter. Deploying. Deplanted B. Ich will defusion, ich will defusion. Oh, danke. Die Bombe wurde defusion. Die Terroristen gewinnen. Also, bisschen Prefire mit der P9. Die macht halt aber auch schon Spaß. Kann mir jemand M4 legen? Ja, ich kann. Oder fuck so. M4 A4 oder M4 A4? Ach, leg irgendwas. Hauptsache, wir kommen in den Teilen los. Zeitdruck. Lauf. Egal, ich hab nichts vergessen. Gibt mich nicht. Warum machen wir eigentlich zwei Meter aktuell? Na, jetzt könnt ihr wieder umstellen. Äh, ein Boost-AVP. Einer ist Richtung Tür auf jeden Fall. Und einer Main. Throw in flashbang. M4 A4. Na B, Seitengang. Ah, P1 ist down. Grenade out. Throw in flashbang. Ich hör die ganze Zeit Steps, ich weiß aber noch nicht. Ich glaub Tür ist wieder zurück. ab kommt jetzt was wenn einer ist schlecht kurz vor die flasch wird nach der flasche kommen ich habe noch eine frau b die gehen zurück die gehen zurück arzt mittel war es mittel ist die bombe schiebt richtung b ja beide mit der stadt war du kannst gehen und Ich spurt schon. Wir haben das 7 Schuss. Ah fuck. Hey Leute, wie kann das passieren? Das ist natürlich bitter, ey. Komm doch her, du Bust. Wollt hier, was? Eine war schon helfen, ne? Pass auf. Dann weg. Klatsch, okay. Alter, was macht? Du musst tiefer ziehen. Oh, die dürfen doch nicht so auf B drauflaufen. Die Panik, Alter, die Panik. Zelex ist direkt gestorben und ich stand an Heaven und wo du weckst mal. Ja, hinter dir war aber auch schon ein Step. Ja, man, gerade ECO. Bronco, nice ECO. Oh. Oh. Ja, ich bin top. Affirmativ. Komm her. Warte, warte, bleib da versteckt. Vor B, war's. Der weiß nur, dass... Bei, offensiv vor B. Wir smoken. Ich bin auch nochmal ein Headshot. Oh, einer Main drinne. Ah, da war ein Klick. Vor B, nochmal. Onspot. Alter, nein. Needs Onspot. Ey, der, hinter dir. Und Main, Main kommt auch. Du bist letzter. Oh, ne, ich spiel nicht. Ich bin noch gut. Kaufen muss. Fuck, ey, ihr habt jetzt... Fuck, ey, ihr habt jetzt... Oh Gott, Alex, wir haben Stream an, ne? Ja, ich weiß. Ich wollte ihn nur korrigieren. Wow! Oh! Okay, einer... B, seitengang, aber... Zwei wieder. Sollte mit HP, aber... Einer doch schon drinne. Ne. Hier ist einer. Die verschieben irgendwie A. Bombe A da. Alter, und ich schieß über ihn drüber. Die verschieben A, der Slow. Die kommen Main. Noch ein. Letzter, Leute. Die Runde kriegen wir. Celix, geh Main. Geh Main. Ja, ich geh hinten rum zu Main. Ah, der ist schon durch. In der Main ist er irgendwo. Warte, der ist schon raus. Der hat steppt in Main. Ist immer noch in Main. Nein. Zeigt CPU-Z auch GPU-Temperaturen? Ne. Brauchst du GPU-Z. Wechsel nicht die Waffe! Ah, der steht. Der ist Main drinne. Ja. Hinten an der Ecke. Vielleicht liegt's auch an der Temperatur, weil ich hab Low FPS. Ja, ich leg einfach. Drückzugang zu kaufen. Kann ich A gehen? Kann ich immer von AFB gehen? Nee, ich kann nicht kommen, aber nimm ruhig die M4. Kann ich mal von AFB gehen? Hier, ich kann hier eine Rumpel. Kann ich mal von AFB gehen? Kann ich mal von AFB gehen? Ja. Äh, ja, kann ich wollen. Ja, oder? Ja, oder? Ja. Geh hoch. Ich schau mal nicht in Mitte. Toxic schießt. Mitte ist nix. Geht mehr raus, Fabi. Grenade out. Oh Leute, den musst du doch haben! Ich schieb schon mal. Bleib mal hier, Fabi. Vent. Geh runter, geh runter und hol die M4. Leute, ihr müsst A B testen. Eingebankt. Nein, ey! Haben wir noch was auf A? C Mitte, CT Mitte, CT Mitte! CT Mitte! Oh, minus 4 und 5. Signalen. Wir haben ein Vent Room. Der blendet weh. Der blindet weh. Der blindet weh. Die sind schon auf, mein, 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 mein.. Team, mein, mein, mein... aber safe einfach ja sonst nicht der sowieso jetzt ja wenn du so ist ja wir müssen noch nicht kommen wir wollen wir mal gegen rassen oder das war mal wieder keine arme kauf nicht so gut ich hab dich doch im grovex die m4 ich geh mal die tür, ich geh mal die pfusht, ich geh mal die pfusht ja leute, was ist denn los der macht mich durch die wände das war ein kackpush beim linken wieder an einer ford kommt da echt noch ein echo wir haben ja jetzt wird wenigstens mal mitte durch ja oder vielleicht mal B pushen wenn es angesagt ist es war auch ganz heiß gewesen wir standen auf am Ende ja lass dann, ne wir pushen mitte und ich boost euch da hoch also nach vorne links laufen damit er hoch boosten kann ich bin sicher unten der hat ne Head direkt ne Head gefangen oben 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 auch da unten ah ist schön pußt mich mal hoch ich dann auch Main geht durch Main geht durch wir gehen in A Leute geht zusammen bitte ja 50 left man für einer ja oh man wie dies rovex kannst du mir ne Awe legen ja mach ja jetzt müssen wir das mal gewinnen ha geht nichts rein bei mir sorry ich gehe auf äh ich gehe auf äh ich kann zum Beispiel den ja im Auto stehen bleiben oder auch war klar dass der tür abdick ach der bürger kommt mitte steht auch was mitte ist geboostet die o die auch von hinten menschlich zwei gegen zwei leute schneller schneller sie denken smog auf dem spot er ist jetzt rechts vorgelaufen an die wand rechts vor durch ist er die arme die flüge wir haben die arme die flüge die arme die flüge ich hatte kein das habe ich gar nicht aufgesammelt als ich gerade stand auf der Bombe und hatte kein Kit nach der Flüge ich brauche auf jeden Fall ich brauche ich brauche ich brauche ja Alex kannst du mir troppen guckst du oh ich brauche noch ich brauche noch ich brauche noch ich brauche noch wir haben eine zu wenig du kannst du mich vintpushen ja da sind zwei akte b oder ich geh weg close close b b b komm b drei 4 b Alter, Leute, wo ist denn B? Einer ist vent rumgegangen, einer geht auf den Spot mit Bombe jetzt. Unter Heaven direkt, unter Heaven steht einer. Mitte. Nein, am Schachtgang. Schachtgang. Die Bombe da haben wir. Ah, Mitte kommt, vent. Ja, aber der kann auch CT kommen. CT, oder? Ah, da geht der vent. Bleib weg, bleib weg. Flushbang. Ah, das ist mal die Nähe, ey. Ah. Echo. Mitte wieder. Dein Schwoscht. Wir haben Arme, äh, lass mal Arme in. Ich würde Arme in einfach mal. Ich finde, Mitte... Naja, du kannst auch oben den Pussspot naten, die haben doch eh eine Arme, oder? Ja, ich mach's wenig. Wir haben zu wenig Geld dafür. Down. Leg an und zurück. Das ist noch einer. Zwei, zwei davon. Die aimen beide an, da. Oh, noch einer Mitte raus, Leute. Fuck. Nice shot. Ich geh weg. Das ist noch einer. Mitte ist noch einer. Alter, das ist doch nicht wahr, oder? CT is low. Bomb has been pointed. Ich hab noch einen Loan auf CT und einer ist auf Spon. Mäht ist Wind. CT last. Oben. Oben. Der hat low, der hat... Kannst du defuse one, du? Nice. Defusing. Oh, schade. Oh, fuck. Hat die Musik schon gespielt, oder? Ja, ja, ja. War vielleicht eine Viertelsekunde, oder so. Oh, bitter. Was? Haben wir einen Defu? Nee. A hat auch drei. Wie kann ich denn jetzt letzter sein, auf einmal? Komm mal, mit B. Bitter step? wird und er hat es eine versuch defensiv erst mal zu spielen naja ich gehe nicht runter wichtig haltet im bs nicht so defensiv das jetzt cd-base er ist vorne offensiv hinter der kiste und offen schieb mal rüber ich mache allein alter mann ich kriege den nicht dauern da ist noch einer der slow vb vb kommt ja an dem haus mitte mitte alter mitte runter gefallen eine bett einer durch komplett finden punko kommt da kurz war die bombe ach das ist doch nicht wahr dieser hunde ich bin ganz fertig wenn sie im truck laufen kommt jetzt die die zähle kommt die meinstwende prägen B hol die ach joi, was ein timing dann krieg ich den jetzt auch 60 warum piekt der Penner für die Pfeife mir nicht einfach auf B holt der jetzt wieder rum, weil ich so anhabe oder was ne, weil er so edgy Leute killt ich versteh den Typen halt man, wie kann man so viel Glück haben nicht, nicht flashen oder so ne Kacke viele VB, komm GG ein boost ein neuer B plantet, alle B drauf ey, das ist doch einfach nicht wahr, dieses Spiel die Venture warte auf dein Mate na, Privat, hol mal was ist denn der muss noch bei der Tschechers hören oh, Seitengang der kann ich nix machen was ist denn, 390 bekommen? was ist denn das denn oh shit talker wo ist das denn hab ich fly in meinem Arsch du Lutschkin das hat mich so aufgeregt das ohhhhhh there you go wird gecarried der kleine Lutscher wir laufen die Tropfen an der Stirn runter so ekelhaft eck eck ich brauch ne Pause das Spiel regt mich ich hab den 4 Runden auf 2 4 und 6 ich hab hier runter ohhhhhh ohhhhhh oh Fuchso, dank für den Follow haha ohhhhhh der ging es gerade so hoppa ja ich sehe es leider nicht ich hab den Streamratt auf gehabt ohhhhhh jetzt ein bisschen GTA ja das ist das ist ja unser Beuter auch dabei ja ist er antwort eidrot eidrot still online ich weiß nur noch das ist schon mal ist der man noch da trägst du so ne Gaming Brille oder was jaja das ist so ne Gunner Gunner Glas aber ich ich finde die richtig gut schont so ein bisschen deine Augen dann brauchen wir noch einen Fabi können wir ein bisschen wer spielt denn noch GTA mit GTA ahja geil der Tacos der ist doch da unten zieh den mal hier hoch insuffisierte permission User left your channel ach jetzt haut der ab Hör, der will aufgehen nach dem Gell Echt? ja hm ich frag mal einen Didi ob der Lust hat ich nehme zwei Minuten auf K ich spiel nicht mehr glaub ich ne ich glaub ohhh ganze Zeit schon TS gespielt jetzt machen wir ein bisschen was anders ich spiel lieber nicht nochmal mit das war lächerlich hame halt immer mal so Tage oder mal Matches ja heute grad er heute grad wieder unranked gewesen ne und dann hat mich das schon voll runter gezogen hatte ich dann schon war schon vorbei hast du Solo dann gespielt oder wie? ja na da muss man immer Glück haben es hat wohl einer gehickt aber er hat das so versteckt aber er hat das so versteckt dass man es nicht gemerkt hat und das ist jetzt ja schon das zweite Mal gewesen und ich weiß immer noch nicht wer es war ja und dann war ich LE ja und dann ersten zwei Games direkt wieder verkackt dann ging es wieder runter ja dann eins gewonnen komischerweise ja und das ist jetzt wieder verkackt ja gut das war jetzt nicht so hoch verkackt aber ist das dein zweite Account? ne den den ich eben gespielt habe das ist mein Main aber der war auch Global Elite nur ich hab die ganze Zeit auch mit Randoms und so gespielt weil ich einfach nur XP pushen wollte user user join your channel Fabi? wie bitte? haben wir jetzt? ach wo ist denn der Tim eigentlich? äh den musste ich klicken weil der Server vorne ist aber wie viele Leute haben wir? 19 vor 20 das muss natürlich jetzt schnell gehen na gut ich hau jetzt ab dann ich mach nen Platz frei ja tschau tschau wo ist dieser Capur 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 ah kurz mal Battle dann schick doch mal dem Typ hier dem eine Message und eine Massage und eine Massage 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 Mima Massage Mima Massage um yo dann Massage PV Server Lass uns mal in den GTA Channel gehen Am Morgen kommt der neue Hotz update kommt ein neues Hotz update Heroes of the Storm ja woher wir da da woher wir da woher wir da genau till scout channel da Heyo! Servus! Morgen. So. Du hast jetzt zufällig...